Warms Cloud Wars Wer ist denn Grün? Mit Rico Ich Hallo Stryker und mir Hallo Meine wunderschöne Perücke Und meine Brille Ich hab noch gar nichts eingestellt bei meinen Würmern Ach warte mal wir machen es uns mal Oh die Skyrim Musik im Hintergrund Ja Hey mir läuft die Aufnahme Fail Nix fail Doch weil ich keinen Schaden bekomme War perfekt Jetzt bekommst du langsam nach und nach 5 Schaden hast du mir gezogen Wow Du rutschst immer weiter runter So impressed Rutscht er noch? Ja der rutscht die ganze Zeit Ja der rutscht noch Deswegen gehts auch nicht weiter weil er noch rutscht Ich bin erst das letztes dran Achiu Hm Ja Da steht aber einer Ganz ungünstig Müsst ihr Wie steht man denn den Timer? Hm? Wie steht man denn den Timer? Warum stehen dann alle meine Einheiten so scheiße? Du kannst doch die Zahlentasten oben benutzen Ohohohoho LOL 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 Immer nur auf mich Du bist der einzig der Was erreicht Also hättest du irgendwas mit Wasser genommen wäre das safer gewesen Ja ich warte mal die Ich warte mal die Warte mal hier nochmal warte 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 Oh Gott Ich hab gesagt dass ich bestimmt wieder selbst Ich hab dir gut was du machen willst da steh ich bei Da steh ich bei Ich hab dir gut was du mit dir machen willst Kann ich das so gegen die Ecke schmeißt mit so wuch dass es einfach runter ploppt? Und möglich ist alles Du solltest doch erstmal die Zeit einstellen WUH Richtig cool Ja zuerst mal mit Tastatorie Penner Boah 3 Schaden Alter Alter halt dein Maul Ohne Spaß Ich mach dich kaputt Ha 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 Ja ha ha I'll get you Hm Hey Yo Nein 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 Ohhohoho War ein Blinden-Gänger du Lacker ey Komm renn direkt in die nächste Näh, 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 Näh Ich hab einfach so ein Gefühl als ich jetzt nicht dran bin da unten aber Ehhh Ja ich muss erst mal Hm erst mal so viel glück gehabt oder trotzdem da reinlaufen habe ich nicht weiter was sind immer die unterbanken also den habe ich jetzt erst gesehen coole sache na klar das spiel hat mich doch es positioniert alle meine einheiten so kacke die einheiten hoffentlich fliegt er nach oben ja ich glaube auch noch mal schön in den Kopf gestoßen bevor er sich verabschiedet ja ich wollte ihm noch mal reden ich war nett ach cool ach du weißt es ich war davor dass er da nichts hingeschossen hat ich schieße lieber auf mich selber was ist denn naja Oliver steht halt alle auf mich wer ist denn wer ist denn Oliver ich hab noch nicht geändert der grüne ich hab den Namen noch nicht geändert ach so hatte ich schon mal jemand Baustelle genannt nein sind es Anspielungen ja doch ich hänge jetzt hier fest ich finde meine doch die Wasserpisse ist kein Problem dass ich Anspielungen mache auch wenn keiner von euch eine Ahnung von dem Thema hat nö das war ja Genie wir haben halt keine Ahnung von dem Thema ne ja aber das ist doch kein Grund dass ich dafür keine Anspielungen machen darf ja doch ja wie ja doch als wenn ich nur mit euch Worm spielen würde hab ich schon besseren Nerven für Alter ist der fett hast du was gegen Fett drin ja machst du nur mit deinem gegen deine Marm oder deine Marm ist nicht fett ich hoffe er weiß selber was was dein Worm da ist ich glaube auf jeden Fall auf den da unten ja das weiß ich ich sah grad so auf ich versuch einfach mal ich versuch einfach mal ich versuch einfach mal vielleicht traf hier irgendwo zum Beispiel den kleinen Luder ok wer hätte länger sein müssen aber solange mich keiner angreift ist ja alles in Ordnung ich hab einfach schon zwei Leute verloren und hatten wir nichts gerissen ja spring doch mal äh der dritte steht auch nicht viel besser ja der vierte auch nicht tuss du 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 wirst in Rocket League was denn bap 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 mit der Portal ah ne das würde ich jetzt eigentlich nicht machen danke schön also ich hab die Seiten gewechselt ich bin von rechts auf links ich hab die Seiten gewechselt ich bin jetzt zum bösen übergegangen ja zum guten jetzt mit den Keksen mal geblieben ah hi ja das ist meiner geil weißt euch nicht echt gut ähm ne Wasserbombe hab ich nicht auch hab ich noch ah Mist ich vergesse immer die Wasserbombe da steht aber relativ safe eigentlich kündigt Absolutely element wenn er die Mine mitspült capita he nicht so behaupten Oder er spielt die Mine zu sich oh Gott oder so er läuft einfach drüber perfekt dort steht das safe wir hatten mal hopp ja Alter watt kickst du denn du dafür ach ich muss aber erst mal über das scheiß Bulli Bulli Gunh da oben Was hab ich denn hier so schönes? Warte mal kurz gucken. Dein Glück hab ich Leben aufgesammelt. Dein Glück. Uh, er fliegt vielleicht auf die Mine. Äh, nur einmal. Ja, ne die Mine fliegt weg. Dann hast du deinen mit. Ja. Der Fette steht auf dem Kleinen. So. Ist das der Kleine? Gott sei Dank. Tschüss. Ich seh überhaupt nichts. Achso. Weil die Dinger gerade davor waren. Weil die Dinger gerade davor waren. So. Das sind eigentlich nicht so geile Items. Hast du den bekommen? Müsste runterfahren. Soll ich nur einmal? Ja. Die Frage, was will ich machen? Ich wollt eigentlich... Nee, warte. Ja. 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 Ja gut. Excellent. Perfekter Sprung mit drei Salzen. So was hat man auch einen perfekten dreifachen Rückberger im Turm springen. Schön. Boah. Ich wollt eigentlich nur das Dingen weiter. Ich wollt einfach nur das Dingen da. Meine Anzeige hier. Wie hoch der schießt verändern. Keinungswurten 10,0 für den Sprung. Ja mal hin. Ja. Ja. Langsam war es rot. Aber der schafft es noch. Ich hab ein Wurf abdehlt sich jetzt. Ich hab ein Wurf abdehlt sich jetzt. Leichte Schrecklage war das. Hm. Denk an the Water Bombs. Boah mit Pech spielt er sich mit runter. Ja dann mach doch irgendwas. Ja dann machst du mit ihm. Das war perfekt. Einmal von rechts nach links und wieder zurück. Ja. Wie heißt der Wurm? Nur hin und hin. Wie heißt der Wurm? Nur hin und hergeklopft. Ich weiß nicht wie meine Würmer heißen. Ich hätt's eh nicht mehr geschafft es da hoch zu springen und dann noch eine Bombe zu wärmen. Oh Gott. Ich glaub der Wurm da ist auch ein Baseballschläger. Rico? Wollte ich drüber sprechen? Nö. Ich glaub der kommt der jetzt nicht mehr raus Rico. Okay aber. Ja doch. Aber da kommt der nicht hoch. Gegen die CPU war das einfach. Ja doch da kommt der hoch. Ja ich wusste nicht das ist ja in der Mitte nochmal so ne. Ja ich mach jetzt nen Abgang. Schleswigowski Babydoll. Oh. Pauper. Ach komm. Da hätt' auch die Feuerfrau's gereicht. Hehehe. Mami. Ich hab einen getötet. Ja links oder rechts? Ich würd sagen nehmen wir den Link in einer Wasserraube. Ich würde sagen nimm den Link in der Wasserraube. Okay, kann man das einfach kurz bitte vorher sagen, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Einmal Leertaste drücken und dann mit den Pfeil, äh, mit... Ja. ... die man's eingestellt hat, ne? Nee, der Pfeil-Tasten halt. Wenn ich nicht mehr wusste, wie man's halt eingestellt hat. Ja, gut. Ich hätt Loom mit der Wasserball. Ach, du lässt mich ganz allein, okay. Ja, du machst dich schon alleine kaputt. Okay. Ja, über Loom brauchen wir's keiner Sorgen mehr. Ich hatte einen schlechten Anfang, das hat mein Main-Game zu stören. Oh, ich bin... Ah, fuck. Er ging dezent daneben. Wie aggressiv er auch geworfen hat. Ja, keine Ahnung. Oh, Gott, mit wem? Jetzt bin ich mit dem behinderten Wurm aller Zeiten dran. Mit dem komm ich denn da dran, ey? Meine Steuerung werden die Spieß nicht umstellen. Aber wie? Sammy, Sam, ihr Penner! Ach, Gott, ich komm noch nicht mal zu hoch. Ich komm da noch nicht mal zu hoch, ey. Ja, doch. Ja, nee, doch nicht. Alter, nick mir wirklich, du fette Sau. Fanny, warum ist Sammy der dicke? Du hast fünf Jetpads, ey. Aber warum ist Sammy der dicke? Das ist eigentlich eher der dünne. Warum hast du denn die Zeit so eingestellt? 45 Sekunden eingestellt und 20 Minuten. Was ist geiler eben? Ey, da bin ich zu lahm, Arsch. Bist du jetzt auf dich selbst? Nein, ich schieße auf mich selbst. Na doch, ich schieße auf mich selbst. Nein, ich schieße auf mich selbst. Bumm! Ja, wenn der drauf vorbeigeflogen hätte, vielleicht den 250er irgendwann mal in ein paar Jahren getroffen. Mach mal dann mit. Krass, mal wieder Jetpack. Wenn du Schiff drückst, bekommst du eine Banana-Bomb. Oh, nö. Machs dir nur nach. Jetzt hauen den da oben runter, find ich gut. Scheiße! Ja, das das jetzt jedes Mal bei dir ist, ne? Luh, warum? Lässt du dich nicht einfach hin und drückst nochmal her, Tast. Oh Gott steh ich da, scheiße? Dann ist das Ding gegessen? Bist du da scheiße? Achja, du stehst scheiße. Aber ich dachte erst mal, du wärst eine Etage höher. Oder zwei. Ich fordere aber schon mal Revanche, weil ich ja weiß es. Ich fordere jetzt schon Revanche. Aus fehlend Lärm, Mann. Verlegt. Ups, ach ne, ich muss ja erst mal... Dafür reicht es jetzt nicht mehr. Oder? Kannst du das? Kann man im Flug abfeuern, ist ja krass. Ja, so wie du mit deiner geilen... Welche Taste muss ich da noch mal drücken? Shit. Keine Ahnung. Welche Taste muss ich da drücken? Ach, da bin ich. Das ist schwer, du musst erst mal suchen den Kleinen. Na? Catch me if you can. Wir haben keine Wasserpistole, was soll denn das? Mach dich kaputt! Ja, wirf. Und springen direkt weg, wo die sagen. Ich geh erst nach oben. Ah, ne, danke. Hä? Weiß nicht, ob das eher kontraproduktiv ist. Perfekt. Geh mal ein bisschen weiter runter, jetzt bist du noch im Wasser. Weißt du ein bisschen nach links gegangen, wenn ich mal im Wasser bin. Nee, das ist nicht im Wasser. Das ist nicht im Wasser. Das ist nicht im Wasser. Das sind nur Augenbrauen draußen. Ja, das ist nicht im Wasser. Du kannst du nicht atmen. Du kannst du die auch mal durch die Augenbrauen. Ja. Hey, atme mal durch die Augenbrauen. Wer ist denn dran? Achso. Du! Und nicht essen. Es knistert im Ohr. Egal, ich hab Hunger Nein, 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 nein! Oh Gott! Au! 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 Also wenn du den mit der Granate triffst, fliegt der schon weg von alleine Wir haben echt keine Wasserpistole, ist ja ärgerlich Hey, macht doch nicht mal super, dass ich viel safe als die scheiß Granate Wer hat denn gesagt, dass ich das mit einer Granate mache? Ja, weil die Stadt hat mir sie in der Hand Und ich hab die da vorne Nein, du hast die nur in der Hand, wenn du die als letztes benutzt hast Ja, hatte ich aber nicht Und ich hab die Granate nicht ausgeräht Ja, ich steh auf seiner Nase You shall not pass Ich redet das mal aus mit dem Baseballschläger gegen die Wand Nein, er springt in die Wand Na komm, mach jetzt Aber der wird nicht weit fliegt Hä? Weißer, der fliegt echt nicht weit Ich wollt eigentlich Den wegschießen, der mein Falsschläger Warum nicht die Baseball? Du, Baseball Du, das ist nichts Ich dachte die Schrotflinte, die hat ein höheres Knockback Hallo! Also guck mal wie groß du bist und wie groß ich bin Du, das ist nicht wie CSGO Wo du mit einem Killspieler schrubst und seit 30 Mal in Deck fliegt Da bist du beim falschen Spiel gerade Ja 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 Nächstes Mal weiß ich es besser Ja Aber wenn das aufgegangen wäre, wie ich mir das überlegt hätte Hätte ich danach noch den Falsschäum genommen Wer nach unten und hätte dann den zweiten vonseite noch mitgenommen Ja, jetzt braucht man den Abgang endgültig, der da oben steht Ne Wo hab ich mir das eigentlich eigentlich Nervt? Fliegt der weit genug? Hm Das kann ich nicht hören Ja ne Ich kann nicht hören Ah, nicht mal ansatzweise Mich weicht doch da oben in die Kuhle setzen sollen Naja Ähm Hi Ähm Ja Let's be friends, wa? Ich glaube eher nicht, ne Ich überleg mir grad was Kann ich ihn dir rauskloppen? Ey, klopp doch den Kleinen zu dem hin und dann explodiert der und gibt den Anderen noch Schaden Okay Hättest du höher geschlagen, hätt's locker geklappt Bär, ich glaub, hab ich mich höher geschlagen, hätt ich über dich drüber geschlagen Weil du so klein bist Tja Krieg ich öfter zu hören Du bist doch nicht klein Halte, du bist klein Ja So, du Penner Ja, das kriegt die ja, Stryker zu hören Ja, leider Du dummer Penner Boah, ist sehr langsam Ich glaub das dürfte vom Dynamitschaden noch reichen, oder? Weil ich bin ja so groß und du bist so klein Ist nur die Frage, wie komm ich hier rechtzeitig weg? Aber Ede 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 und survive! Nene... 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 Du mal fetter Penner. Feta Penner? Ah... Ach du... Ja auf Loop brauchst du keine Acht geben, der kommt dir da eh nie wieder raus. Doch mit dem Schweißbrenner! Deine Hände, keine Deine! Alter! Lauf doch da drüber! Ja! Ey, was machst du denn? Du hübst die ganze Zeit hin und her! Ich versuche, ich hoffe das reicht jetzt noch, dass ich damit wirklich treffe. Hm, das wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren! SPRING DU! SPRINGEN! Pessimismus hier aussprechen... Ey, jetzt bin ich wieder auf Platz 2! Ja, wow... Ich kann nicht hier auch einfach hochspringen. Einen Speisding verbrauchen. Mh... Nope! Komm! Ja, versuch's doch noch mal! Hässig dieses Spiels! Okay, es wird nix! Kannste nochmal machen! Geil! Voll grabe ich schon! Ja! Ja! Geiler Scheiß! Wie dann auf einmal diese fetten Haare wieder spannen ist! Ist so lustig! Ähm... Ei! Boah! Kannst du nicht mit dem einen da so gut... Einfach mal die Kaltstand angreifen! Oh! Jo! Ich hab nichts getan! Einmal verbrauch! Komm! Lass 5-5 runter! Du! Ja, was denn? Ich würde ihn einfach so schlagen! Das reicht ja schon! Ist ja weit genug weg von dir! Ja, nimm die Feuer voraus! Ja, eben! Das wird ein Ment... Mentos! Nimm... Nimm Eis! Wow! Der war ja n... Unfassbar lustig! Ja, ich weiß! Nimm Sapo! Hehehe! Ja! Keine Ahnung, jetzt machen sie aus der Position hier! I will survive! Geh auf den rechts! Nein! Links! Links! Ich tu dir nämlich nix! Du suchst doch mit ner Miene oder mit nem Schaf! Ich tu dir wirklich nix! Oh! Ich tu dir wirklich nix! Ich tu dir wirklich nix! Äh! Ja, aber du hast die Chance größer, dass du mit dem Schaf triffst! Ja! Ja, wieso? Wenn er bei dir da hinten... Wenn er bei mir da hinten rüberläuft? Jetzt wird er nämlich gleich springen! He! Wenn er jetzt da rüberläuft... Hä? Was machst du nur jetzt? Weil er sonst rüber gelaufen wäre, das war ich... Ja! Siehst du, wirst du... Jetzt geh ich... Muss ich auf dich gehen! Jetzt lässt mir keine andere Wahl! Warum bist du da denn nicht... Links rüber? Ja, egal! Weil... Ich will es dir gleich zeigen, weil du warum! Hm! Du hast mich nicht weghauen! Dann will ich auch nicht weghauen! Da ist noch kein Loch... Nur weil das ist immer noch da! Jetzt heißt es nicht, dass ich das benutzen will! Leider der Bestverschläger funktioniert hier nicht! Alter! Spaß! Das mache ich auch aggressiv hier! Warte mal! Ich muss hier mal ein bisschen weiter weg! Hä? Ja, absolut! Das funktioniert auf jeden Fall! Das wird auch nicht funktionieren! Ich muss jetzt hier mal überlegen, was ich mache! Hä? Halt doch mal deinen Maul, Lu! Was ist das eigentlich? Kenn ich gar nicht! Das ist ja der Mörser! Hoffentlich rennst du rüber, ja! Hä? Äh? So, Lu! Wenn du jetzt mitmachst und ihn auch angreifst... Ist die größte Gefahr hier schon mal weg! Lu, er hat dich grad gekillt, ne? Nur mal so! Wo hab ich ihn grad gekillt? Ja, er wollte mich... Gegnern da auf... äh... Ich hab ihn aus dem gar nicht gekillt! Dann gehst du zwei auf einen, dass ich überhaupt nicht wehren kann gegen zwei! Hups! Wenn er jetzt auf mich gehen würde, würdet ihr auch zu zweit auf mich gehen! Nur die Schrotflinte kann ich zweimal benutzen, aber die killt keinen von euch bei! Dann mach ich lieber einen Safekill! Das ist... Das ist... Das ist der Safekill, oder was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Der hat 40 Leben! Er wär ein Safekill gewesen! Boah, Lu! Der stirbt... Boah, ey! Was? Mach ich so wenig Schaden, das ist ja scheiße! Alter, bist du behindert? Danke, Lu! Boah, Lu! Boah! Ich dachte, ich mach mehr Schaden! Ich dachte, ich mach an dem 80er mehr Schaden als an dem 41er, oder was? Jetzt wischt sich Rico auch noch ein, oder? Nee, ich dachte, das reicht zu 80! Die Bazooka dachte... Jetzt wischt sich Rico auch noch ein! Boah, Lu! Ich hab dich noch nie so in meinem Leben gehasst! Nicht mal bei Mario Kart! Ich halt Sicherheitsabstand! Duft einfach eine Dynamitschangeln oder so! Ja! Das sind jetzt 3 gegen 1 im Übrigen, ne? Boah! Boah! Ich hoffe, die passt da nicht durch! Über 3 mal! Ich glaub, die passt da auch nicht durch! Ich glaub, die passt da auch nicht durch! Ich glaub, die passt da auch nicht durch! Ich würd das so feiern! Mir geht immer studieren! Der Bananabombe! Der Bananabombe! Ja, Bananabombe! Ja, gut! Komm! Ja, gut! Nein, Mann! Nicht zu mir! Du bist so... 3 gegen 1, ja? Das ist nämlich 3 gegen 1, wenn man sich nicht wehren kann! Aber Lu ist... Ich wollte eigentlich dieses Rohr benutzen! Was wolltest du benutzen? Das Rohr! Ja, hättest du doch einfach diese Dynamitstange genommen, die jetzt auf die Reihe ist! Boah, Lu, wenn du... Alter, wenn du noch einmal irgendjemandem einen Ratschlag gibt, ne? Dann geb ich dir einen Ratschlag in die Fresse! Wir kommen mal her! Das ist eine gute Position hier! Ja, würdest du nicht am Arsch der Welt leben? Meine Position... Ist der Arsch der Welt... Natürlich! Thüringen, Alter! Das klingt wie so ein Märchenland! Das klingt, hab ich gedacht, Thüringen kommt aus dem Märchen! Hahaha... Jetzt kann wegen dir Lu gewinnen! Hm... Wieso das denn? Ja, und die beiden oben ist er sicher! Jetzt sagt er, ich mache Safe-Kill und du läufst zu dem 85er-Wetten! Hoffentlich fallen die auf dich, ey! Ja, Striker wird euch mitnehmen! Nein! Nein! Striker wird euch mitnehmen! Hebt noch, ich hab noch einen HP! Verdammt! Verdammt! Halt's auf! Halt's auf! Halt's auf! Ein HP! Nein, jetzt kommt der von da oben! Es tickt der uns komplett weg! Ich dachte, du kriegst du willst nur noch einen HP Fallschaden oder so... Alter! Rico, guck mal! Rico steht immer mit Abstand am besten da und merkt es noch nichtmals! Das ist das Treue, dass sowas gewinnt wird! Ja, sorry! komm spring ins Wasser, komm bring dich einfach um ich bin halt besser, ne ich bring mich nicht um mach es safe äh weißt du, das kann ich nicht einsetzen brauchst du auch nicht einsetzen, wir werden eh beide wir werden eh keiner davon ist weißt du was, ich spring ne Runde lass euch da mal machen ja wow was wird jetzt wohl passieren komm mal her Lu mit dem Dicke wirst du mir auch nicht hinterher kommen ne, ich werd auch jetzt nicht untergehen hier das war, dieser Freundensprung am Ende komm Crashern, in einem Punkt kannst du noch abziehen das ist doch lame, so zu warten äh ja, ich Moment wie du benutzt gar nicht das Item, was du von Anfang an ausgewählt hast ja das wird nicht drin ja doch, das ist eigentlich die einzige Chance die hat ich hoffe, die hat so ne große Kur, dass sie irgendwo Wasser aufschlägt ich würd sie dann tatsächlich auch eher nach unten schießen aber so, so trifft sie nämlich so, genau das war auch oder hätt ich mit dem Luftflag sonst killen können ich hätt dich mit dem Luftflag noch killen können ja passt aber nicht ich mach lieber ein Selfie und dreht sich rum zu nem 80er ja ich wär trotzdem nicht gestorben ja, aber trotzdem diese Aussage davor unterdreht er sich du hättest vielleicht noch Fallschaden oder so bekommen einen Schaden kann man immer mal bekommen wusste ich, dass der so wenig Schaden war und hat der mehr Schaden gemacht im Story ja, tschüss mit einem Gewinner tschüss der es fast gar nicht mitbekommen hätte tschau